Das Abo da und abitült auf den Tag hier. Hallo, herzlich willkommen in Live. Wir müssen mal ein Mädel reden, das halb trans und halb din. Frau ist klar, ich mach dich mal. Ja, ok, ich sag so, du bist ein nettes Mädel. Ja, ich bilde mal die Frage, warum kannst du nicht mal schreib mir und sag Hallo? Einfach Hallo? Ja, jetzt mal meine ich dich. Du, ich sag dir so, ich sag dir jetzt mal, hau mal. Ja, das ist ein Nutzenender für den Rumpf. Ja. Oder für Kinder. Aber dazu muss man erstmal aufstehen und meine, ja, das will ich dir jetzt sagen. Ja. 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 Ich sag dir mal, ich lass mich mal überlegen. Ich habe dir was zu schreiben. Guck mal da. Wenn der drauf. Hm? Schaut mich nicht. Guck mal da unten. Äh wie hieß. Komm, ich sag dir so, ich mag dich sehr. Wenn du einmal würdest, mal mit mir reden, mal ein Sprech führen, dann helf dir. Aber dann musst du selber auf dem YouTube-Kanal aufmachen. Ja. D3. Nenn mal vor, haben wir wieviel Leute letztes Jahr. Ich habe wieder Fifa schon verlor. Ich finde, du bist ein Nette. Nette. Ja. Aber ein Problem immer wieder. Die Männer haben immer abhauen. Das war witz, Leute. Ich sag's so. Wenn du mal zwei Wochen schreibst und sagst, hier, ich zoome mir mal. Oder mal ein Facebook mal gucken. Das ist dein Name. Tristan Ralf heißt. Ja. Kannst du wohl mit mir reden? Oder? Dann hast du mal eine Frage. So. Aber dass du mal in die Dinge kommst. Und genau. Überleb mal. Überleb mal. Wenn du mal einmal würdest, mal mit uns und vielen anderen YouTube-Typen reden würdest. Und man sagst, ich so hin. Klar? 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 Okay. Also, das war's heute. Euer Morg kommt Tag 2. Also guckt mal rein. Und lasst Abo da. Und abbie die Glocke. Tschüss. Applaus Ich habe Angst. asti. Entragt. Tja ...